Musik Grundsätzlich geht es bei dieser Maßnahme in allererster Linie darum, jetzt Energie einzusparen, weil das angesichts der Krise einfach angebracht ist. Das ist mit Einschränkungen verbunden, das lässt sich nicht vermeiden. Musik Da ja eben, wenn die Beleuchtung ausfällt in der Dunkelheit, gerade die Fassade natürlich vielleicht leichter angreifbar ist. Deshalb haben wir unsere Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Musik Erstmal sind natürlich Kosten durch das Abknapsen der Leitungen, das ist klar. Und es wird ein bisschen was eingespart am Strom, aber wie gesagt, die Außenbeleuchtung ist ein kleiner Schritt. Die wirklich wichtigen Dinge, die werden im August und im Senat gemeinsam besprochen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020